So Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu, kannst du mal leise sein? Ey, das ist meine Antwort, ja? Könnt ihr mal ruhig sein, oh meine Fresse. Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 5. Wir befinden uns hier im wunderschönen Parade 25. Danke. Hey Leute, für günstige Spiele-Keys schaut gern bei unserem Partner Instant Gaming vorbei, Link und Infos in der Videobeschreibung. An die Arbeit, Rookie. In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith Klein-Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Danke für die Sache im Gefängnis. Das Kugel ist kein Stress. Ich finde, Sprüge, Angelstellen. Mach weiter so gute Arbeit. Ja, nein. Lesen und Vorlesen liegen wir auch noch. So. Wo micheln wir denn hin? Erreiche das Erend. Na, machen wir doch mal eine Schnellreise. Und gucken, ob wir mal, ob wir die Leute zurückholen können. Sollte auf jeden Fall ein paar Widerstandspunkte bringen. Gehe ich mal von aus. Du hast also die Leute aus dem Gefängnis befreit. Ja, also nicht die Kustis, ne? Ja, das würde ich mich dann doch nicht trauen. Da habe ich dann doch keinen Bock dran. Aber hier gibt es. Max einschnecken. Boah, würde ich mal aufsagen, ne? Wir gewichtet! Ich kann das Spiel sehen! Das hier Schnellreise ist auch nicht so funktional, wenn man sich das verstanden. Ich bin kracht, ihr Sünder! Okay. Okay, Helferauswahl. Wir nehmen mal den Kollegen mit. Alles klar, wir glücken dann. Merci. Lass ich mir nach außen posten aus. Ja, schnapp du dir an, das nicht. Das Problem ist, ich seh's nicht. Willst du mich verarschen? Da ist ein Flugzeug hinter mir. Du bist in der Luft, Kollege. Willst du mich verarschen? Na, komm, hol ihn dir. Okay, dann habe ich wohl gerade den Piloten ausgeschaltet. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Warte, ich blindern. Nein, 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 nein. Okay, blindern. Und ich habe mein Gewehr wieder. Ganz gern. Dankeschön. Sehr schön. So, wir sind Blissfelder. Da rennt aber keiner rum. Und wir haben unseren schönen Bogen wieder, sogar mit einem besseren Zielvisier. Warum auch immer das so viel bringt, wenn da jetzt nicht nur diese zwei Punkte sind, sondern auch ein Kreis außenrum. Eigentlich Blödsinn. Ach, sorry, das ist einer von uns gewesen. Ja, das war jetzt gerade blöd. Das war jetzt gerade blöd. Sorry. War nicht so geplant. Oh, da konnte er fliegen, oder? Mein Gott, was macht ihr denn? Was scheißt du denn so lange mit denen rum? Hätte ich gar nicht die Zeit und die Geduld für. Hier stehen die und tun aber nichts. Wollen wir mal bitte aus dem Weg gehen? Danke. Ja, langsam dürfte die Alte echt sauer werden, ne? Das gefällt mir. Was du aushältst, ey? Das waren jetzt drei Kopfschüsse. Katastrophe. Ich glaube, für dich gibt es eine bequemere Position zum Liegen. Das sieht nicht so gesund aus. Ja, unser Kollege fliegt hier ganz gut über uns. Sehr schön. Wird das ganz praktisch, wenn der Kollege so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ne? Ja, dann können wir hier unten ganz gemütlich positionieren. Die erledigt den ganzen Scheiß. Verstanden. Oh, wir haben hier unsere Ruhe. Optimal, ne? Zeit für eine Wander! Das ist also das Elend. Da ist ein Scharfschützer. Scharfschützer? Der ist tot. Ich hab das Ziel in Sicht! Ich hoffe, das ist kein scheiß Raketenwerfer. Den normalen Scharfschützen kannst du ja auch schalten, aber Raketenwerfer wäre halt nicht so klug. Okay, ich glaube nicht, dass das nur Gerüchte sind. Ein Erkundungsteam hat sich gerade gemeldet. Eine Priesterin der Sekte ist auf dem Weg zu dir. Das kann kein Zufall sein. Du hast nur ein paar Minuten das Gebiet zu sichern. Sei vorsichtig. Sie haben vermutlich Geistern. Ja, kriegen wir hin. Das kann ich nicht machen, das sind Freunde. Endlich! Hier haben wir eine Geisung. Ich bin nicht stammt. Siehst du sie? Die transformative Macht des Glaubens. Die armen, von Zweifeln geplagten Seelen werden hierhergebracht, um Erleuchtung zu finden. Wunderschön. Nicht wahr? Ich bin nicht stammt. Für den Vater! Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas für den Vater tun werdet. Das klingt nachher im Plan, wa? Oh Gott, diese Framelacks wieder. Sie werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Alles klar. Achte auf die Bäume. Wir sind auf dem Weg. Okay, jetzt geht's auf, wa? Sie wissen, dass du hier bist. Sie haben gerade Verstärkung angefordert. Hatsch auf dich auf. Weg, 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 weg. Wir kriegen gerade richtig aufs Maul. Was, 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 was? Ich bin hier um. Ich bin hier um. Ich brache mehr Überblick. Ah! Rektorien da? Sehr schön. Sehr schön. Rektorien da? Sehr schön. Schiss! Schiss! Eine! Schiss! Die Zirko. Die kommen von hinten hier nur. Du lebst noch? Das ist super. Was wärst du denn? Und das wirst du den Typen nicht hören. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße. Das war so oder so, klar. Nein, Izzy ist auch dort. Das ist nicht so geil. Das ist jetzt nicht so geil, aber... Da kriegen wir auch hin. Da kriegen wir auch hin. Wir müssen in Bewegung bleiben. Was haben wir jetzt als Verbündete? Nehmen wir erst mal die Kähne hier. Ja, aber du kannst uns gleich eh nicht mehr helfen. Loki, ich glaube nicht, dass das nur Gerüchte sind. Und... Ja, warten Sie. Aber das klingt geil. Ich weiß nicht, ob ich vor der Alarm geben kann. Wir werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Alter. Fisch erledige ich persönlich. Ich hab Schiss. Boah, was? Boah, was? Was könnte jetzt passieren? Siehst du sie? Oh nein. Die transformative Macht des surprising Die Arme von zweifelnde Klaften Seelen werden hierher gebracht um erleuchten zu finden. Wunderschön, nicht wahr? Wahnsinn! Ich will nicht sterben. Keine Angst, wirst du nicht. So, jetzt hilft mir der Sektor in den Arsch zu treten. Jetzt kriegen wir das gleich mit gepanzerten Wunderschön zu tun. Alles klar! Achte auf die Bäume! Wir sind auf dem Weg! Okay. Sie wissen, was hier ist. Sie haben gerade Verstärkung angefordert. Pass auf dich auf! Natürlich wissen sie, dass ich hier bin. Wo soll ich auch sonst sein? Ah! Ah! What?! Ah! Du bist schmuck! Ah! Jetzt bin der Kugel! Ach, schmuck! Ah, da wird das irgendwie nicht berühmt, ne? Okay. Hoch! War ganz schnell, nicht wahr? Ich suche mir einen besseren Winkel! Hörst du hin? Was ist da? Du hast hier eine Scheiße! Oder wir sind da rein! Das ist gar nicht gut! Das ist ja gar nicht gut! Ich bin jetzt nicht! Ist da oben mich noch irgendwie jemand? Jetzt ist es gut! Das ist gut! Das ist gut! Die ist gut wie! Das ist gut scheiße! Wo ist mein Mädchen? Ach, die lebt wieder! Sehr schön! Ja, das gibt's. Ja, das gibt's auch so. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist mir bewusst, dass du Hilfe brauchen kannst. Die Boote sind auf dem Weg, wir kommen zu euch, für den Verrückter! Wo ist sie? Komm hoch! Komm hoch! Wunderbar! Die Boote sind auf dem Weg, die könnten wir eventuell auf die Schnelle aufhalten! Ja, können wir! Hier sind die Boote! Ach so scheiße, da kommt ich nicht ran! Ich hoffe, du bist bereit, Rocky! Wenn unser Timing stimmt, dann taucht diese Priesterin jede Sekunde auf! Oh scheiße, wo bist du? Was machst du da unten? Hallo! Ja komm! Willst du mich verarschen? Komm her und jetzt hilf mir hoch! Das war's gut! Das war's gut! Okay, Klasse Leistung! Gerne! Aber hier ohne meine Schaufschätzerin hier? Komm an, BroFist! Ja, hätte das nicht funktioniert, komm an! Lass mich dir als erster danken, Rookie! Du hast alle vermissen aufgespürt! Irgendwie passt da, Rookie, nicht mehr! Wird mir schwer fallen, dich nicht mehr so zu nennen! Ausgezeichnete Arbeit, Deputy! Oh! Da gibt's keinen Schnellreisepunkt mehr! Ich will trotzdem hier hin, weil ich hätt ganz gern meine Waffen wieder. Muss ich jetzt hier mal so sagen. Gerne. So, Tod von oben klingt super. Jetzt gehört das uns. Ja Leute, aber ich glaub das reicht für die heutige Folge. Und dann sehen wir es im nächsten Video. Ich bin der Raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ihr kennt das Gesetz. So, und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier, dann seht ihr irgendeines Videos von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit. Und abonnieren. Nicht vergessen. Ich lese jetzt so lange weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.